Wo ist alle anderen? Wren und Clarissa? Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt wissen, dass etwas passiert. Ich kann die Kaffee sehen, aber nicht Wren oder jemanden. Was denkst du mit ihnen passiert? Wahrscheinlich das gleiche wie wir. Transmogrifiert oder was auch in einer anderen Seite des Islanden. Great. Es ist geschlossen. Ich versuche es. Du kannst es ja auch übertreiben mit Skills. Oh Mann. Radio. Maschinerie. Generator. Phone. Probieren wir mal den offensichtlichen. Hier. Es gibt einen Dialton, aber... Es gibt hier eine Note. Es klingt nicht aus. Bitte Dial-Station-Code für Service. Es wäre nicht ein Code da gewesen, würde es? Nada. Nada. Nichts. Das! Jesus! Hilfe! A Tower sprechen? Kommunikations Tower. Alex? Alex? Wren? Wren? Oh, Jesus! Christ! Thank Vishnu! You guys went into that hole and a bunch of stuff. I have no idea what happened. I just woke up like 15 minutes ago. I saw the light on in the tower thing. Hey, did you know that it's named after some guy named Dick Hardin? Pfft! Really? Wren, how are you calling us? Phones don't work here. It's a code written on this list here. But it's not a normal phone. I can't call out. I'm at the way station or whatever in the woods. It's been like, like just the worst thing ever. Just Def-Kong fuchsia level terrible ever since you went into the cave. Why? How did you get all the way out there? Did you just take off sprinting when I went after Jonas? No, like I said, I must have like passed out or I don't know how I ended up here. Wait, I think that's the other line. Maybe it's like a night watchman or something or they do like check-ins maybe? Wait, Wren, someone's calling on the other line. Just hold on a minute. I'm gonna see who it is. Okay, but make it quick. Seriously. Hello? Oh, Jesus Christ. Alex? Why are you answering this? It says it's an emergency line. Where are you right now? Clarissa? And Jonas is with you. Of course he is. Okay, look, Clarissa. Wren's on the other line and sounding like he's about a stubbed toe away from a total collapse, so if you're at least holding it together then- Wait, wait, wait. I'm at Fort Milner and I can't, I don't remember like the last hour and it's like really scaring the crap out of me. I'm trying to call somebody but I'm in a room with radio stuff that can, it says it can contact Kamina but I don't, I have no idea how to make it work. Can you just come over here and figure this out with me? I don't care if you guys want to stay, I just want to- No, just come here instead. Fort Milner's all the way on the other side of the island. Yeah, I know it is, Alex, but why would I go to the comm tower when there's a working radio that we can use to get help here? Fort Milner looked huge on the map. Do you know where the- And it dies, ladies and gentlemen. It's like- Ren, are you still there? Yeah, I guess that'd be too easy. So, you wanna truck over to Milner first, see about that radio? I mean Clarissa can be a handful, but gotta take the bitter with the sweet. Ren sounded kinda more out of sorts than usual. I don't know. Look, I'm gonna leave it up to you. We can swing through the forest and nab Ren, or we can go to the fort and see what Clarissa's up to. They're your people, you can decide. Ren needs more. And he'd kill me if he knew we went to Clarissa first. Sound logic. Okay, let's figure out how to turn off this electrified fence. Kickstart this rescue mission like the total badass as we are. We are badass. Yeah, right. Warning do not use a board ship unsafe radiation limits. Okay. You know, I'd normally find this stuff kinda interesting, really. You know, normally. Thanks, I guess. I guess. It was Cthulhu. It was Cthulhu. Did you get anyone? I don't think so. It was Cthulhu himself. The fence should be off now. Great, but don't take a fence if I want to throw a stick at it first. No problem. Well, I will. And have taken a fence at your not believing in my ability at flipping switches. What? Oh, verdammt, hat mich verlesen. Cthulhu. Oder? Aber jetzt was ich nicht verstanden. Egal. Okay. Dann schauen wir mal. Kann man hier irgendwie den Runtergang abkürzen oder ihren Schritt etwas beschleunigen? What? Yo, passende Musik. Yay. Jetzt geht's hier. Oh, man. Na, schauen wir mal, haben wir trotzdem noch was? Hm? Deal. Well, that sounds lovecrafty. Okay, weiter nochmal. Gibt's sonst irgendwas? Oh mein Gott, eine Kapelle, da kann ich überhaupt nicht haben. Okay, dann gehen wir mal runter. Schauen wir uns das näher an. So. Ah, jetzt endlich, sie macht einen Schritt schneller. Hey! Komm schon. So, passt. Was ist hier? Das ist hier. Das ist hier. Können wir es nicht mehr nennen. Ja. Sehr gut. Gibt's einen... Info? Diese Kommunikations-Tower serviert viele verschiedene Telekommunikation-Funktionen, including Point-to-Point von ihren Receivers, Microwave von ihren Dish, Ka-Ban für Satellite Reception, und Militär-Air-Ban für nearby Aircraft. Unig in ihrer Konstruktion, die Tower befindet sich in einer segmentierten Plattform direkt unter ihrer Antenne und Dish. Once unzeremoniously genannt Site 82, in 1988 wurde es wieder designiertes Hardin Tower für ihren longesten Tenured Radioman, Major Richard Dick Hardin, der seit acht Jahren als Towers Kommunikations-Officer gearbeitet hat. von 19 foot... Well... Also mal abgesehen von den weirden Hintergrundgeräuschen, denen kein Radio sowieso von sich gibt. Interessant. Gut, Alex, kannst du nicht zacken schneller gehen? Ich versuche die ganze Zeit zu sprinten oder irgendwas anderes. Ja, hier ist die Karte. Ähm, aber irgendwie geht nichts. Na dann, mach schneller! Perfekt. Eine Frage nur. Warum macht man Electrified Fence und macht die Tür von der Innenseite auch elektrifiziert? Mhm. Naja, jo. Ja. Ja. Wärst du so freundlich? So. Mhm. Ähm, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich bin gut, ich glaube. Warum? Just checking. Just checking, you know? Okay, wie geht's? Wie geht's mit dir? Ähm, könnte besser sein. Aber wir werden durch das und auf... größer und besser? Gut. Es sieht nicht so aus, als ob hier eine Verbindung, als von den... von Truni Woods, ähm, dass es hier eine Verbindung hoch zu dem Wald gibt. Das heißt also, wir müssten eigentlich nach oben... Hardened Tower... Hm? Hm. Also... Hm. Das scheint hier hinten... Moment. Ach! Es steht... Das Ding hier steht unter dem. Okay, es scheint so richtig zu sein. Dann gucken wir mal. Das klingt auch eher... Also, Woods klingt auch eher nach dem, wo wir... wo wir hinwollen. Vor allem wegen Wren. Ne? Den guten Buur. Ich, ähm... Ich habe nicht gewusst, wie viele woods es waren. Das ist... wie eine... wie eine genülle Forreste. Mit... wie Tränen. Was ist das Problem? Nicht der auswärtsartige Typ? Milch in einer Stadt mit Holz und kleines Wren im Moment aufhörter Dann bin ich auch in der休e, und ich bin bei dem Outdauern. Aber ich möchte sicherer, dass wir nicht, wo wir gehen können. Natürlich. Wir wissen, wo wir gehen können. Ja, natürlich. Es ist nur über die rive und durch die Wilde. Wie die Song. Ja, aber in der Song, die Hörtern wussten die Sprache, wie die Sleigh. durch die Wren und mit dem Schnee. Ich denke. Wir werden. Du bist gut, vertraut mir. Das ist alles, was ich hören möchte. Dieses ganze Ort meint mich wirklich schrecklich an einem Park, oder einem Wald, ich glaube, nahe, wo ich lebte. Es fühlt sich wirklich so wie das. Es ist weirrt. Mein Vater war wirklich glücklich, hier zu gehen. Er sagte, die Schulen sind sicherer, weniger Kniffen pro Kapita. Ich glaube, er hat nie den Gefahr, was jetzt passiert. Aber, du weißt, alles hat etwas. Keine Entschuldigung, aber deine Stadt klingt wie das schlimmste Ort auf der Erde. Na, es ist nicht wie deine Stadt. Ich würde es so sagen. Bei uns gerade hier in Bayern ist das Gefahr an deiner Schule, sage ich jetzt mal, unglücklich irgendwo ins Querfeuer zu kommen. Deutlich höher. Aber gut, das ist ein anderes Ding. Okay, was ist das hier? Es scheint nicht so, dass es weitergeht, aber ich möchte trotzdem gucken. Huh. Weird. Okay, dann gehen wir weiter. Oh mein, Alex, du hast echt einen Schritt beieinander, der ist echt nie schnell. Das Ding ist so weirrt. Wahrscheinlich ist es 400 Jahre alt. Da ist ein Café in der Stadt namens. Und nächstes auf der Tour von Edwards Island. Einen alten Busch. Na, ich denke, das Ding ist interessant. Es ist vier Jahre alt. Hast du dich nicht beeindruckt? Es ist ein Baum, also... nicht wirklich, nein. Genau. Das Ding, möchte ich nur mal daran erinnern, hat die Erfindung von Autos, also Computers, Autos, und wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich die ganze Industrialisierung miterlebt. Also, zeitlich gesehen her. 1600 war jetzt nicht unbedingt so eine Zeit, wo man, ja, wo es wirklich viel darum ging. Mal gucken, haben wir... Und wie hieß es irgendwas? ...Barracks, and sketch the wildlife he'd encounter on his walks. After the fort closed in 1974, he led a petition to make the land federally protected. And in 1988, he succeeded. Now, Edwards Forest is an internationally recognized wildlife refuge and bird sanctuary, home to 120 bird species, most notably the white-tailed tohi, a large sparrow, indigenous to only this island. The roosting tree that stands before you is a 400-year-old red alder, famous since its discovery in 1655, when Franciscan Friars noted that its unusually twisted trunk is bent true north. Hm, es muss ziemlich stumm gewesen sein, dass das Ding so umfügt. Okay, Bridge Stand, das klingt nachher etwas, wo wir hinwollen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen.